Alles ist ganz gut, aber nach dem will ich wirklich raus. Ich muss mal Bilder bearbeiten und so weiter. Mal Bilder genau. Ja, da muss ich mal weiterschauen, wie es funktioniert. OBS hat ja bei der Aufnahme irgendwas falsch gemacht, bei den letzten zwei Stunden. Dann muss ich das Bild auch noch da verändern. Mensch, so. Gibt es hier irgendwo noch einen Zugang? Kann ja sein, dass es hier beim Haus noch einen Zugang gibt in den Holz. So eine Art kleines Loch. Die brauche ich jetzt nicht, aber die hier. Milbe. Narbe. Oh, ich habe ich gesucht. Ich bin mal nicht so nah an die Spinner hier ran. So. Nicht so nah an die Spinner ran. Die würde ich nicht. Aber das müsste jetzt die Richtung Heimat sein hier. Genau, hier lang. Danke schön. So. Jetzt hatte ich zwar eine Wolfsspiele am Arsch, aber gut. Dafür habe ich ein paar Punkte. Ich bin aber schneller als die. So. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Boah, die hängt mir ja wirklich am Nacken. Immer noch? Nee. Wasser willst du nicht. Gut. Ähm. Wir müssen hier rüber. Zu dem Labor. So. 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 Form cleaner. Gibt's hier drin irgendwas besonderes? Irgendeine Mitteilung? Nein, ist nur eine leere Blechdose die sie so vor sich hin rostet. Was wird jetzt auch schon wieder Abend? Ja, aber die Mission muss ich erstmal noch irgendwie appellieren. Bis ich es soweit endlich properly bekommen habe. das mit dem super chip ich weiß nicht welchen super chip die haben wollen sowohl der ist so und jetzt auch hier lang wenn sie mir jetzt schon mal da das was ich brauche da ist ein rüsselkäfer gut rüsselkäfer rüssel ok gut dann lass uns mal gucken rüsselkäfer schön rohes rüsselkäferfleisch ok aber die made fehlt uns die madenhaut ich weiß nicht wie wir wo wir die jetzt herbekommen sollen das ist ein bisschen schwierig finde ich habe ich jetzt irgendwas neues aufgenommen irgendwie nicht kann ich jetzt auch mal frei scheiden woran sehe ich welches level ich bin mutationen ich weiß nicht was das bedeutet das ist jetzt hier kleine faust ich mache jetzt mal über so das gleiche ok dann haben wir das schon mal ich weiß wie das immer noch nicht so richtig wo wie lang aber wir gehen jetzt auch schlafen danach speichere ich ab und dann muss ich mal gucken wie ich mit dem spiel weitermache ob ich jetzt mit dem mission ja klarkomme ich kann ja kaum was herstellen hat ist ziemlich ja doof gemacht muss ich zugeben das spiel macht spaß aber ich habe euch mal jemand schlafen an oh meine meine nicht schön ok ich wünsche euch erstmal noch viel spaß bis zum nächsten mal bye bye ein wunderschönen guten tag ich habe gerade zwei minuten aufgenommen obwohl ich hier nicht obwohl ich hier obwohl keine aufnahme lief also ich bin jetzt von hier unten gekommen ja hier der superchip ist bei dem heckenlabor also ihr geht beim heckenlabor einfach rechts dann rechts so jetzt lauf ich die strecke schon zum dritten mal gut dann einmal hier lang und dann rechts hier kommt das so nicht rüber ihr müsst also springen hier tauchen ab und zu mal kleine spinnen auf die könnt ihr gerne kalt machen toll gut ist ok ich hatte es mal wieder geschafft ich war mal wieder unvorsichtig bestes paradebeispiel da waren sich nicht konzentriert ja 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 immer das gleiche mit denen ich komme nicht mal auf diesen dünnast hier rauf also ehrlich kann nicht mal auf meinen stock klären hier auf meinen heckenstock hier von onkel doktor fukushima so dann wollen wir noch mal ich musste echt ruhiger machen echt wirklich ich mache hier echt hier meine motorik ist heute sowieso für den arsch vier stunden stau in berlin in der prinzlauer promenade dann frankfurter allee dann ahrensfelde ok als wenn das nicht genug gewesen wäre und ich schon total genervt gewesen war autobahn richtung hamburg ähm megastau das war da war wirklich ein megastau von über 9 kilometer so hier kann ich sagen und da rutschen weil ihr seht ihr da ist irgendwo ein labor und ab hier weiß ich jetzt nicht mehr weiter ab da muss ich mich jetzt ein bisschen neu orientieren so so ich hoffe es ist der richtige weg ok wow ich hatte es geschafft endlich speichern bloß speichern meine güter bei diesem spiel ist auch wichtig speichern was haben wir hier alles aufnehmen alles aufnehmen alles aufnehmen aber jetzt können wir hier zum beispiel hier das ja zum beispiel rohes rüssel fleisch ich bin dein vater ich bin dein vater roh